Hallo, ich bin Hans-Georg Willmann, dein Personalprofi. Was soll ich im Bewerbungsgespräch über mich selbst erzählen? Meine Antwort, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Denn Personaler interessiert, wie du bist, was du kannst und was du willst. Er wird Fragen dazu stellen, was du in deiner Freizeit machst, welchen Hobbys du nachgehst, ob du ein Ehrenamt hast, wie es bei dir in der Familie aussieht, welche Fächer in der Schule dir besonders Spaß gemacht haben, was du besonders gut kannst und welche Pläne du im Leben hast. Wichtig, achte bei deinen Antworten darauf, dass du immer positiv bleibst. Das heißt, erzähle mehr darüber, wie du bist, erzähle mehr darüber, was du kannst, statt was du nicht kannst, was dich interessiert, statt was dich nicht interessiert. Dann wirst du einen guten Eindruck hinterlassen. Alles klar, beim nächsten Mal, wie begründe ich mein Interesse an der Stelle? Und dann, das bibitte. Lauf Dé техcco. Und tag ihn zum Beispiel. Et als Mensch wird das